Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einem letzten Video von der Galgenberg Charlie und ich wollen uns recht herzlich bei euch bedanken und uns gleichzeitig von der Galgenberg verabschieden. Denn ihr wisst es ja, wir werden umziehen. Wir werden umziehen auf die Oberschwaben und Ziel war es aber nochmal, richtig Schotter zu machen zum Ende des Jahres. Denn wenn wir oben auf die rechte Seite schauen, es ist Dezember 23.15 Uhr und ich habe eine Punktlandung auch wieder mal hingelegt. Denn wir haben zwei Millionen und paar Zerdrückte auf dem Konto. Liquid Mittel, die wir brauchen, um auf der Oberschwaben adäquat beginnen zu können mit richtigen Maschinen in unserem zukünftigen Bigfarm-Projekt auf der schönen Map vom Yogi. Wir wollen uns recht herzlich bedanken für viele, viele Stunden, die wir hier auf der Galgenberg verbringen durften. Charlie und ich werden uns aber jetzt langsam dann von dieser Map verabschieden und Tschüss sagen. Aber zuvor möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie wir denn zu diesen Barmitteln gekommen sind. Hier könnt ihr sehen, dass ich zum Beispiel im Dezember nochmal Tiere verkauft habe, nämlich unsere Schweinchen. Die waren ja schließlich auch zum Verkaufen gedacht. Also habe ich da die Tierchen jetzt abgestoßen. Was ich eigentlich nicht machen wollte, waren Gerätschaften. Denn da haben wir ja uns darauf vereinbart, dass wir den Gebrauchtanteil mit rübernehmen auf die Oberschwaben. Da habe ich aus Versehen im November einen Stapler verkauft. Die ziehen wir uns natürlich wieder ab die 20. So ehrlich müssen wir an der Stelle sein. Ansonsten seht ihr, wir haben dann noch ein paar Ballen verkauft und vor allen Dingen unsere Produkte, Salat, Mehl, Käse, Butter und so viel anderes, Apfeltreste und so weiter, habe ich verkauft über die Monate. Und natürlich auch unsere Ernten. Auch da haben wir entsprechende Einnahmen generiert. Wichtig, all das in schwer. Das heißt mit den niedrigsten Preisen. Und so sind wir jetzt dann doch ziemlich genau auf die 2 Millionen gekommen, mit denen wir dann auf der Oberschwaben loslegen wollen. Inklusive oder beziehungsweise plus 1,6 Millionen für unsere gebrauchten Maschinen. So haben wir also wirklich einen richtig schönen Stadtbetrag. Und wir werden als neuer Farmer beginnen, beziehungsweise Farmmanager. Oder so ist es richtig. Dann bekommen wir nämlich nochmal 1,5. Und diese verrechnen wir sozusagen mit unseren Höfen, mit unseren Gebäuden und mit unseren restlichen Tieren. Und so denke ich, können wir dann richtig loslegen auf der Oberschwaben im Food Plus. Und das in unserem Stream am Montag um 20.30 Uhr jeweils. Ja, ich freue mich schon drauf und wir werden da richtig loslegen können. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen und euch bald dort zu sehen auf der Oberschwaben. Aber zuvor gibt es noch ein kleines Zeitraffer-Video hier am Anschluss, damit ihr dann noch seht, wie ich dann auch fleißig hier Material verkauft habe. Ich sage an der Stelle, Charlie sagt an der Stelle recht, recht herzlichen Dank hier fürs Zusehen, fürs Begleiten auf der Galgenberg, wo wir über 200 Stunden unterwegs waren. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es auf der Oberschwaben auch schaffen. Und ich bedanke mich und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.